hallo herzlich willkommen zur folge fünf unseres mercedes arocs kipper umbaus das letzte mal haben wir die pendel achse den das v-danzer pendel vorne eingebaut angetrieben ist ja schon alles lenkung ist drin antrieb ist drin und jetzt fehlt im endeffekt noch der kipper den habe ich auch schon gebaut ich möchte ich aber das wie und wo natürlich nicht vorenthalten und daher auch noch mal ein video machen das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an es ist auch wieder ein neues bauteil mit dazu gekommen weil wir das bei der halfpipe kippmobil benötigen aber ich drehe euch wieder um ihr dürft mal wieder über die schulter schauen und dann schauen wir uns das gemeinsam mal so hier haben wir unser modell ich habe das ganze nur grob zusammengelegt und zeige euch jetzt natürlich mal was ich hier alles in der zwischenzeit gemacht habe ich sage jetzt mal einfachen und schnellen sachen an hier haben wir die easy kipp mechanik eingebaut die kennt ihr noch vom mann ist genau das gleiche bauteil hat sich dahingehend nichts verändert das heißt hier den ganzen träger einsetzen durch bohren dübel rein festschrauben sitzt thema ist schon durch im endeffekt ist auch die gleiche antriebs länge hier vorne haben wir den end abschalter das ist auch exakt der gleiche wie beim mann drehe es noch mal um der hat also hier diesen diesen stuhl an dem der festgemacht ist es verkabelt bei mir ist die elektronik hier vorne untergebracht und hier habe ich wieder ausgefräst damit im endeffekt der akku hier locker hinein passt hier ist noch sehr viel platz natürlich ist von auch noch viel mehr platz wir könnten hier also auch locker noch die elektronik im haus mit unterbringen dann wäre hier das ganze noch aufgeräumter hier kann man jetzt noch mal eine schwarze platte drüber machen wie beim mann dann ist das auch dementsprechend alles etwas versteckt ich verzichte jetzt kurz kurzerhand darauf weil das sind alles kosmetische sachen hier ist an ausschalter hingewandert und wie gesagt hier ist soweit nicht so viel passiert das heißt wir haben hier die lenkung das letzte mal ja schon eingebaut hinten haben wir das 3d pendel verbaut und eben jetzt die kipper mechanik das war alles wie gesagt kein hexenwerk das wird ja nur eingeklickt und festgeschraubt genauso wie der end abschalter und die elektronik kommen wir zum kipper an sich hier habe ich hier vorne die nasen weg gemacht habe das hier plan geschliffen und das klötzchen aufgeschraubt und hier hinten auch das ganze weggenommen und jetzt kommen wir zum eigentlichen problem warum wir hier ein bauteil mehr brauchen und zwar ist es so dass diese molde wenn ich diese seitlich drehe habe ich hier bin ich plan das heißt die geht bis unten hin was das problem ausmacht dass ich für den motor nicht mehr genug platz habe ich zeige euch das mal im vergleich das hier ist die runde und hier habe ich mal zum vergleich die molde vom mann und hier sieht man hier habe ich wahnsinnig hohe stege und hier musste ich nur etwas sogar rausnehmen das heißt hier steht immer noch ein leichter steg weil hier der motor viel viel platz und tiefe hat das fehlt mir hier so und weil mir das hier fehlt müssen wir etwas improvisieren und ich wollte die molde nicht weiter bearbeiten weil wir schwächen natürlich auch nur das material mit hier ist noch alles fest weil alles andere noch da geblieben ist die lösung des problems mit der höhe des motors lösen wir jetzt über diesen rahmen normalerweise schneide ich den hier aus und klicken hier genauso wie er ist einfach drauf und zwar genauso wie hier war in der original höhe dadurch sind wir aber mit dem motor eben ein tick zu hoch um hinten die aufnahme zu benutzen weiterhin zu verwenden das heißt ich habe mir viele varianten überlegt setze ich dieses teil hinten höher oder setze ich den motor weiter runter dafür hätten wir den rahmen hier auch schwächen müssen ich wollte das wirklich so auch beibehalten weil natürlich auch nicht jeder mit diesem kipper hier arbeitet sondern vielleicht auch jemand was anderes nimmt wollte ich das hier unten das grundfahrgestell mal so belassen und habe gedacht okay wie machen wir das hier an dem rahmen habe ich wieder ausgeschnitten ich habe hier drüben das ausgefräst ich habe auf der anderen seite hier das rausgefräst wo der arm nachher lang läuft hier hinten musste einiges weg ich drehe es gerade noch mal um also es ist ziemlich viel weggegangen ich habe bilder und viele viele fotos auf meiner seite mit eingestellt da seht ihr dann genau wo ich was weggenommen habe so wie gesagt einfach so draufklicken ging nicht das heißt ich muss jetzt hier etwas höher kommen ihr könnt das ganze natürlich auch einfach unterlegen mit irgendetwas unten drunter ihr wisst ich bin da eher spartanisch am anfang hatte ich einfach nur alu-klätzchen drunter alu kostet allerdings auch geld und ist zum ein und ausbauen war das immer ein bisschen gefriemelt das heißt es gibt jetzt hierzu diese unterlegteile die sind auch beschriftet ist ein h drauf ein v drauf das heißt hinten und vorne und die klicke ich einfach unten in mein gestell ein zeige euch das gerade mal wie das ganze funktioniert das heißt ich habe hier nummer eins das sind jetzt meine prototypen deswegen passt da die bohrung noch nicht ganz genau so ihr seht die rasten hier genauso ein ihr könnt ihr dann dementsprechend auch genauso wieder ausbauen einfach mit dem schraubenzieher hier hineinfahren den hebel umlegen dann klicken die auch ganz normal wieder raus das ist also auch kein problem die kriege ich auch jederzeit wieder rausgedreht so ich klicke die hier einfach rein und jetzt seht ihr die haben hier schon vorgebohrte löcher dafür nehme ich einfach dann einen vierer bohrer und bohre einmal hier durch hier habe ich es ja schon gemacht ihr wisst das ganze ist ja schon fahrfertig bei mir und dann komme ich hier oben auch vier mal raus ist also alles simpel ist zu machen jetzt lege ich das ganze hier drauf und das gute ist weil die nasen und noch etwas rausschauen treffe ich auch genau wieder diese führungen hier also da wo die nasen hier diese diese grauen original nasen vorher eingegriffen haben die treffe ich jetzt auch wieder weil die ja nach unten raus schauen sie klicken nur nicht mehr ein und jetzt kann ich hier oben durch die löcher einfach nach unten hin durchbohren in meinen rahmen mache ich viermal also viermal durchbohren und setzte hier die kleinen 4 mm dübel ein das mit den dübeln hat sich hier absolut bewährt auch ein voller kipper hält wunderbar weil es unten sich einfach so in den hohl rahmen auch spreizt ist also alles kein problem die adapter zeigt nochmal hinten vorne hier sind die klicks haben hier löcher und auch seitlich bereits ein loch warum seitlich ein loch weil ich es mir auch gleich einfach mache und hier ist sind auch die löcher drin und die kann ich jetzt auch einfach durchbohren auf beiden seiten und stecke hier gewinne stangen rein ihr könnt natürlich auch irgendwas anderes nehmen aber die kann ich jetzt hier einfach durchstecken und wer schon mal diesen kipper umgebaut hat der weiß wofür hier wird später die zwangsöffnung der heckklappe angeschlossen ihr müsst das nicht machen ich fand es nur ganz praktisch wenn dann schon die löcher drin sind aber nicht gleich auf der richtigen höhe ich brauche mich hier nicht verkopfen ich kann das schön festziehen und das hält und fertig so jetzt haben wir hier diese zwei dinger mit drin und jetzt kann ich den rahmen ganz normal hier wieder aufsetzen lass ihn so leicht einrasten und jetzt schraube ich es fest also hier meine schrauben ich schaue dass ich den Dübel treffe der dort unten drin ist so jetzt ist der rahmen fest und wir haben die passende Höhe das heißt wir sind hier hinten mit dem Motorplan so dass im Endeffekt der Kipper wieder einfach aufmontiert werden kann ich schiebe es hier vorne wieder rein mit dem Kuhprofil vorne weg und ich lecke das hier fest so die Unterfütterung fällt so gut wie gar nicht auf es ist wirklich ganz minimal und wenn ihr euch die Videos anschaut die Unterfütterung ist ja schon die ganze Zeit drin das heißt von der Höhe her wunderbar ihr seht hier auch vom Pendel her haben wir jetzt hier natürlich noch ein bisschen mehr Luft aber das macht gar nichts vorher ging es auch also das war ja vorher schon so ausgemossen wir könnten jetzt also das Pendeln tatsächlich noch etwas stärker machen und noch ein bisschen den Rahmen rausnehmen damit es weiter pendelt weil wir ja höher sind ich mache das nicht ich brauche das nicht aber so hat das jetzt alles seine Funktionalität es passt unten rein wir können den Kipper ganz runter fahren das heißt jetzt geht das auch dementsprechend wie wir das wollen so Endabschalter ist ja drin das heißt wir fahren einmal ganz runter und sind hier Plan unten es ist alles untergebracht Endabschalter funktioniert und dann funktioniert die ganze Sache auch jetzt kommen wir noch zu einem Punkt warum diese Dinger hier dran sind schau mal ja der gleicht sie natürlich wunderbar aus so hier seht ihr das ganze glaube ich etwas besser von der Seite her das heißt wir haben ja jetzt noch diese Sache mit der Heckklappe dass die automatisch auf und zu geht hier habe ich einfach ein Stück Alu eingebaut und zwar ist es so wenn ihr diese Kipper ganz nach oben klappt dann könnt ihr den hier raus ziehen dann könnt ihr das sauber abschleifen also ihr müsst das so weit schleifen dass der ganz locker auf und zu geht und hier habe ich einfach wie gesagt dieses Stück Alu unten rein durchgeschraubt und habe eine Kette hingemacht die hier unten eingehängt wird in meinem Fall hänge ich die hier bloß ein und setze eine Schraube drauf ist nicht die schönste Lösung ihr könnt das auch mit Gelenk machen oder keine Ahnung überlegt euch was so und jetzt können wir es eigentlich auch schon mal probieren und ihr seht öffnet und schließt einwandfrei so was jetzt vielleicht noch ist ich habe hier wieder in den Kipper rein das habt ihr vielleicht jetzt vorhin schon gesehen hier zwei Stahl Rundmaterial einfach rein geklebt damit die Heckklappe ein bisschen mehr Gewicht bekommt und auch wenn noch ein bisschen Dreck unten drin ist in der Kante dass sie einfach schön nach unten gedrückt wird bräuchte man nicht habe ich am Anfang jetzt mal nicht drin gehabt habe ich jetzt auch erst nachträglich mit eingebaut weil ich das ja bei den anderen auch überall drin habe so das war sie unsere Umbauserie des Mercedes Arocs Vierachser wir haben die Lenkung eingebaut wir haben vorne eine Pendelachse oder beziehungsweise den V-Lancer Pendelblock eingebaut wir haben hinten das 3D Pendel mit Sigi Patent eingebaut wir haben die Easy Kip Mechanik eingebaut diesmal mit Unterfütterung für die Rundmulde und die Elektronik sitzt es ist alles mit dabei ich werde jetzt noch hier so ein bisschen Kosmetik machen ein bisschen anmalen ein Video von der Testfahrt von der allerersten Testfahrt ist bereits auf meinem Kanal einsehbar und ich bin mir sicher es folgen noch viele weitere Videos und ich überlege mir jetzt mal welches Modell wir wohl als nächstes in Angriff nehmen ich freue mich wenn ihr wieder dabei seid bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal